Schaut euch dieses Video bis zum Schluss an. Dann werdet ihr einiges lernen. Hier bin ich nun in Osterholz-Scharmbeck und was es damit auf sich hat, das zeige ich euch gleich. Es ist nicht die Wall Street und auch nicht Frankfurt, wo ich hier bin, sondern wirklich Osterholz-Scharmbeck. Trotz oder gerade wegen Bär und Bulle. Hinter mir seht ihr das Gymnasium, in dem ich vor 50 Jahren mein Abitur gemacht habe. Hier in Osterholz-Scharmbeck. Vor zehn Jahren hatten wir hier ein Klassentreffen und darüber gibt es sogar ein Fotobuch. Hinter mir der Platz, wo ich schon als Schüler Fußball gespielt habe. Heute sieht es ein bisschen anders aus, aber im Prinzip war das hier, an dieser historischen Stelle. Und eine Brücke darf hier natürlich auch nicht fehlen. Ich liebe hier so sehr Brücken. Übrigens wurde 1969 Osterholz-Scharmbeck zum besten Dorf Europas. Damals gab es dieses Spiel ohne Grenzen im Fernsehen und OHZ hatte gewonnen und mein Sportlehrer war der Trainer dieser erfolgreichen Mannschaft. Und das war's. Soll die Ich glatt. Soll die Zeit schön bei mir gehen. Soll die Zeit schon nicht mehr! Hier aufseiten. Es ist schon ganz schön, dass wenn ich das so dritt��bek kann.